Ich bin die Amelie und ich bin heute hier auf dem Easy Flix Day, weil unsere Firma Isknapper den Easy Flix auch gesponsert hat. Dann wollte ich mal schauen, was wir jetzt hier eigentlich auch gesponsert haben. Genau, Isknapper ist nämlich ein Sponsor von unserem Easy Flix Day 2024 und deshalb haben wir dich heute vor der Kamera. Erzähl doch mal, was ist Isknapper überhaupt und was ist eure Vision? Isknapper, wir sind eine Marke für Islandpferdereiter und die Pferde, das heißt wir haben sowohl Ausrüstung als auch Kleidung. Und unsere Vision ist es, dass wir schöne und nachhaltige Kleidung herstellen, produzieren wollen, die sowohl gut passt als auch schön aussieht. Hast du denn ein Highlight-Produkt dieses Jahr oder zwei Highlight-Produkte? Der Pulli? Ich glaube, da stimmen mir auch ganz viele zu. Und unsere Reit-Leggings, aber die ohne Besatz. Wir haben nämlich für alle, die keinen Grip-Besatz mögen, jetzt auch eine Version ohne Besatz. Das heißt, du kannst sie zwar zum Reiten benutzen, aber auch zum Joggen, Spazierengehen, Yoga machen oder um auf dem Easy Flix Day den ganzen Tag zu sitzen und zuzuhören.